Ich liebe deine Sims-Videos, die sind einfach nur mega. Danke Dark Friday für diesen Kommentar. Zu Risiken und Nebenwirkungen bunkern sie ihre Lebensmittel und Medikits oder lassen sie es. Ach ja, diese besinnliche Ruhe. Vögel zwitschern und eine Atombombe, die in 60 Sekunden einstürzt. Denn was wäre, wenn Sims wie 60 Seconds wäre? Genau das testen wir heute. Denn in dem Spiel 60 Seconds hast du 60 Sekunden Zeit, um all deine Liebsten und die wichtigsten Gegenstände mit in den Bunker zu nehmen. Gar nicht so leicht, denn der Zeitdruck ist groß. Anschließend springst du in den Bunker und alles, was du eingesammelt hast, inklusive deiner Liebsten, wird in den Bunker mitgenommen. Mit allem, was du also mitgenommen hast, musst du es schaffen, solange es geht zu überleben. Das Problem ist nur, dass in 60 Seconds jeden Tag irgendetwas zufällig passiert. Und genau das werden wir jetzt in Sims nachstellen. Nur dass in meinem Fall es mal wieder ein paar YouTuber sein werden, inklusive mir. Wie lange wir es überleben werden und was für absurde Dinge auf uns warten, siehst du jetzt in diesem Video. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und jetzt geht's rein in diese mehr als kranke Challenge. Okay Leute, ich bin noch glücklich, aber ich weiß noch nicht, dass gleich in 60 Sekunden die Atombombe kommt. Nochmal kurz zum Faktencheck. Ich habe hier die Möglichkeit, in den 60 Sekunden vorzuspulen, da ich im Vergleich zu den normalen 60 Seconds, wo ich laufen kann, den Sim nicht steuern kann. Das heißt, ich darf vorspulen in 60 Sekunden. Das beschleunigt die 60 Sekunden nicht. Vor einem Sim stehen reicht, damit er dabei ist. Hier, diese Dosen wären viermal Tagesessensrationen für alle Sims. Das hier ist ein Med-Kit. Wenn ich das Spielbrett anfasse, darf ich das mitnehmen. Das heißt, ich gebe jetzt mein Bestes. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich würde sagen, 60 Sekunden laufen. In 3, 2, 1, Start. Okay. So, dann laufen wir schnell zu Rezo. So, schneller, 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 schneller. Schneller, girl, gib Gumi. Okay, sehr gut. Rezo ist dabei. So, wir holen schnell Maxi. Maxi, Maxi, Maxi. Wir holen schnell Ju und wir holen schnell Reefi, Reefi. So, sind alle jetzt dabei. Nee, es fehlt noch Hanno, 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 Hanno. So, okay. Ich habe nur noch 40 Sekunden. So, zweimal Essen gesaved. Hier nochmal. Vier Essen, neun Tage Essen gesaved. Hier nochmal. Ich will das Med-Kit. Med-Kit, Med-Kit. Damit darf ich eine Person heilen. So, ich will das Spielbrett und ich will ein Bücherregal. Ich hänge fest, ich hänge fest. Bücherregal, Bücherregal. Oh Gott. Okay, ich muss runter, ich muss runter, runter. Oh Gott, hilf, ich werde sterben. Ich werde sterben, ich werde sterben, sterben, sterben. Nein, du musst einfach nur hier rein, um Gottes Willen. Oh Gott, ganz knapp. So, okay, und weg bin ich. Sehr gut. Ja, Leute, der wahre Albtraum fängt nämlich jetzt an, denn die Atombombe kommt jetzt. Okay, der erste Tag bricht an, Leute, im Bunker. Wir haben für zehn Tage Essen, ein Radio. Das haben wir noch. Wir haben hier noch Betten. Und wie wir alle wissen, passieren ja in 60 Seconds immer dumme Dinge am Tag. Mein Team hat mir 23 Szenarien aufgeschrieben. Die kenne ich selber noch nicht. Ich habe die Liste von 1 bis 23 nummeriert. Und wir werden jeden Tag einmal zwischen 1 und 23 eine Nummer wählen. Und die Nummer lese ich euch vor. Und das passiert an einem Tag. So, war ein anstrengender Tag. Die dürfen jetzt mal alle ins Bett. Sind alle schon sehr gereizt. Aber das war, wie gesagt, der erste Tag erst. Und wir ziehen gleich unsere Nummer. Ein paar Tage müssen unsere Simi unten aushalten, bis die Rettung kommt. Mal gucken, ob sie es überhaupt aushalten. So, der Tag bricht an. Die ersten sind wach. Und wir generieren mal unseren ersten Tag, was so in unserem Tagebuch passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Maxi, das sieht hier ähnlich. Ja, wirkt schon richtig grausig und ätzend. Wir ziehen jetzt mal die erste Zahl. Und wir haben die Nummer 15. So, wir gucken mal an unserer Liste. Nummer 15. Gnu wird verrückt. Okay, das bedeutet, ich drehe am ersten Tag durch. Oh mein Gott, ich bin so arm. Okay, ich werde verrückt, Leute. Vorsicht. So sieht das aus, wenn man verrückt wird. Okay, alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Das passiert jetzt heute noch. Oh, er hat sich eingepingt. Oh, Rezo. Yo, also das kann jetzt noch eine Weile dauern. Ansonsten lebt euren Tag, wie ihr Bock habt, Leute. Oh mein Gott. Oh, das fängt aber schon echt schlecht an, ne? Oh Gott, jetzt drehe ich durch. Okay, ab jetzt habe ich Panik und Angstzustände. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, Leute. So, ich würde sagen, man soll ja erst ab Tag 3 was essen. Okay, heute gibt es noch nichts zu essen, Leute. Das haltet ihr aus. So, alles andere könnt ihr ja selbstständig machen. Oh Gott, ey. Wie die hier alle einfach da sitzen und rumheulen. Das ist der erste Tag, Leute. Ihr habt noch ein bisschen was vor euch. Ja, mehr ist rumsitzen und stinken kann man halt nicht, ne? Das ist erst der erste Tag und wir stinken schon alle. Oh Gott, sind die irre. Hier läuft einmal Schlager und einmal Pop. Und zwar gleichzeitig. Ich glaube, die wollen die paar Tage jetzt wirklich nicht überleben. Leute, ihr habt nicht 60 oder 100 Tage. Ihr habt nicht so viel zu überleben, ne? Jetzt reißt ihr mal im Riemen. Schuh geht schlafen, hat keinen Bock mehr. Alles Kacke. Oh Gott, wir sind so im Rhythmus, aber sind alle so richtig unglücklich. Oh, das ist so traurig einfach. Es ist einfach so traurig. Es ist so traurig. Wir gucken einfach diese Pisslache an. Ich muss sagen, ich bin jetzt erst einen Tag mit denen in den Bunker. Und wenn ich die Musik hier höre, ich ertrage das selber nicht. So, Schlafenszeit. Der nächste Tag riecht an. Natürlich eine sehr gute Idee. Wenn alle schlafen und brief das verdammte Radio anschalten, alle aufwachen. Mann, Leute. Ich muss denen echt das Radio wegnehmen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich könnte nie schlafen. Wenn jetzt zwei Dudes so nah an meinem Bett stehen, an ihrem Handy fummeln, sich in die Hose gepinkelt haben, extrem stinkt und der Gestank genau hoch zu mir zieht. Hydration. Meerjungfrauen können nicht zu lange... Wieso bin ich denn eine Meer... Ach, sie ist eine Meerjungfrau. Reefd ist eine Meerjungfrau. Ja, wer kommt denn auf so eine dumme Idee? Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist natürlich schlecht. Können wir jetzt aber leider auch nicht ändern, Reefd. Dass du eine Meerjungfrau bist, musst du schon deinen Pass schreiben. Muss passieren genau solche Dinge. Wir ziehen jetzt das nächste generierte Problem. Generate. 19. Nein! 19 ist Gnu killed Maxify. Nein! Oh nein! Jetzt schon? Oh, jetzt riechst du so ein bisschen. Hier, riech den Duft. Mehr Essen für uns! Das sieht wirklich furchtbar aus. Look at this face. Okay, das war's. Gut, dann heißt es auf jeden Fall erstmal schnelle Mahlzeit. Wir essen Erbsen aus der Dose. So, das heißt schon mal, nach dem Tag haben wir nur noch neun Essen. Juh ist nix. Juh leidet so sehr, dass Maxify gestorben ist. Ist jetzt deine Erbsen, Mann! Es gibt jetzt wieder zwei Tage nix. Wie sie alle sauer sind. Komm, ich wische auch den Boden auf, Leute. Seid nicht so böse zu mir. So schlimm war es doch gar nicht. Was? Warum bin ich denn gestorben? Bin ich tot? Woran bin ich jetzt bitte gestorben? Jasmin findet wegen Verhungern ihr Ende. Hä? Hä? Aber ich hab doch was gegessen die ganze Zeit. Das ist Betrug. Mann, jetzt bin ich schon tot. Wie unfair. Das ist voll der Betrug. Also ich muss denen jetzt leider tatsächlich jeden Tag was zu essen geben, weil einmal am Tag mit Pause hat man ja bei mir gesehen, es sind schon einfach zwei weg, ne? Wir haben gerade mal welchen Tag? Tag zwei? Das ist ja erbärmlich. Wir nehmen jetzt fast nochmal eine Ration zu uns, weil sonst wird es hier, glaube ich, nix. Schnelle Mahlzeit. Holt euch mal Erbsen, Leute. Und die Reef ist auch bald weg, weil die ist nämlich eine Meerjungfrau und braucht unbedingt Wasser. So, Problem ist, jetzt haben wir nur noch acht Essen. Okay, für acht Tage sollte es eigentlich noch reichen. Wenn sie aber am Tag doppelt essen müssen, haben wir nur noch vier. So, wir haben jetzt Tag zwei. Und jetzt geht ihr verdammt nochmal einfach schlafen. Alle gegessen, dann bitte schlafen. Und dann ist Ruhe hier im Karton. So, Leute, es ist soweit. Aufstehen. Tag drei. Ihr müsst nur noch eine Woche durchhalten. Und ich sehe eigentlich nicht, dass ihr das schaffen werdet. Jo, ich weiß, es stinkt und es ist schlimm, aber Tag drei. Wo ist der verdammte Generator? So. Crate. Neun. Die Nummer neun ist... Hanno wird verrückt. Muss ich dazu überhaupt irgendwas noch machen? Das habe ich noch nie erlebt. So, Hanno ist verrückt. Oh, der Arme. Es ist so arm, die sind so quä... Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Warum sitzt ihr da? Hanno, was ist mit dir passiert? Ich habe keine Ahnung. Was machen die denn alle? Was ist denn los mit denen? Ich glaube, die wären jetzt alle irre, Leute. Das fängt schon gut an. Wir haben gerade mal Tag drei. So, und als allererstes müssen wir leider nochmal unseren Essensvorrat. Bitte esst einfach nur mal Eier mit Toast. Ich will, dass ihr endlich mal satt seid, Leute. So, ich muss eine Ration wegstreichen. Um zu essen, haben wir jetzt nur noch sieben. Und das nächste Problem. Wir haben keinen Strom mehr. Ein Problem, welches ich nicht bedacht habe. Wir haben jetzt keinen Strom mehr. Das heißt auch kein Radio mehr. Radio ist somit kaputt. Licht nicht. Kühlschrank geht zum Glück noch. Aber ansonsten sieht es jetzt echt nicht gut aus. Ja, ich würde die alle nochmal essen lassen. Das geht ja schon wieder bergab. Man, Leute, so ein paar Erbsen müssen doch mal reiche. So, dann haben wir jetzt aber leider nur noch sechs Dosen. Sieht doch echt sauber aus. Echt einladend hier so dunkel. Es muss ja absurd stinken hier unten auch. Okay, Rezo hat sich entschlossen, was zu essen zu holen. Wieder etwas, was sie nicht kochen können. Damit geht aber schon der Stack runter auf nur noch fünf. Okay, es ist soweit, Leute. Tag Nummer vier. Und es sieht schon echt schlecht aus, muss ich sagen. Wir lauschen mal in einem ganz normalen Gespräch von YouTubern. Alter, mein Po jetzt soll. Was passiert hier? Und alle geschminkt noch. Hört sich sehr realistisch an. Okay, acht. Acht ist, Rezo geht raus, um Nahrung zu besorgen und wird verstrahlt. Ich glaube, ihr solltet euch nochmal alle jetzt von Rezo verabschieden, weil wir wissen nicht, ob ihr das schafft. Hey, Rezo, ich weiß, es wird draußen echt hart. Hey, kennt ihr das, wenn ihr was im Auge habt? Ja, ist doch nett. Genau, Hennos Traktik. Was spiele ich hier immer? Sehr gut. Oh, nix, tschüss. In meinem Mund passt einiges. Du schaffst es, Rezo, du schaffst es. Wir sehen uns. So, Rezo kommt erst wieder morgen früh. Goodbye, Rezo, goodbye. So, Rezo hat den Bunker verlassen. So, Leute, wir haben immer noch Tag vier und das Problem ist dasselbe wie immer. Äh, wir müssen leider nochmal an die Bohnen. Ich hab Angst, dass die irgendwie ganz schnell auf einmal drauf gehen. Deswegen gibt's jetzt nochmal hier Erbsen. Bedeutet, wir haben nur noch vier Tage was. Also theoretisch einfach nur noch für zwei. Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Was zur Hölle besucht uns da? Was zur Hölle ist denn hier? Was ist denn das Gruseliges? Um Gottes Willen, das ist ja wirklich wie bei 60 Seconds. Oh Gott, zum Glück hab ich den nicht reingelassen. Rezo hat ganz knapp überlebt. Hey, da bin ja wieder ich. Nach Tag fünf mach ich doch wieder mit. Oh Mann, ey. Ich hab's mit Toiletten. Was mach ich jetzt? Oh nein, ich hab Toilette kaputt gemacht. Das ist die Rache dafür, dass ich hier nicht überlebt hab als Protagonistin des Kanals. Das räum ich auch noch auf, weil es mir leid tut. Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung, was das hier eigentlich soll. Aber es ist einfach egal. Ich hinterfrag's einfach nicht mehr. Es ist Sims. Leute, es ist soweit. Tag Nummer fünf ist angebrochen. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Protagonisten dieser Runde so am Ende sein werden. Nach fünf Tagen. Und Rezo ist zurück. Und ich hab noch gelesen, was hier stand. Rezo kommt mit einem deformierten Gesicht zurück, weil wir ja verstrahlt worden sind. Rezo, es tut mir so leid, aber ich mach nur das, was im Skript steht. So, jetzt hab ich hier dieses No. So, Rezo ist zurück und alle sind entsetzt über das Gesicht. Nein, ihr bleibt jetzt sitzen. Ihr seid nicht so... Oh Mann, ihr seid so... So, jetzt setzt euch alle hin und seid nicht so kacke oberflächlich, ich kotze. Okay, und wir haben die Nummer zehn. Julian haut ab. Julian haut ab und ist somit raus. Er sieht's an, er kann nicht mehr. Er geht lieber raus und wir wissen nicht, was aus ihm wird. Bye bye, Ju. Bye bye. Wir werden dich vermissen. Diese Hose existiert nicht mehr. Warum hat Rezo mich gekidnappt? Warum bin ich nackt aufgewacht? Und wir haben auch leider nur noch vier Rationen. Ich würde sagen, dass alle mal was essen. Erbsen bitte einmal. Oh, wir haben wieder Licht. Oh, Julian hat seine Rechnung noch nicht bezahlt. Er hat die Rechnung gerade bezahlt. Ju, du Ehrenmann. Kurz bevor Ju gegangen ist, hat er die Rechnung bezahlt. Oh, ist das lieb. Ich hab keine Ahnung, aber Rezo tritt hier gerade die Zwerge weg. Und ich weiß nicht, ob das so cool ist, weil jetzt haben die so gruselige Dinger über den Kopf. Die sind mir irgendwie zu gruselig. Genau, weg damit. Oh, Maxi ist da. Schaut mal, Leute. Selbst im Tod ist Maxi feiner, super cute und repariert das Klo. So, Tag 6 und auch hier leider habe ich jetzt nur noch drei Rationen vom Essen. Nummer 11. Reef übergibt sich. Kann ich voll verstehen. Oh, je, oh, je, oh, je. Furchtbar. Und danach. Genauso. Immer alles positiv sehen. So, Leute. Tag Nummer 7 bricht an. Und mit Tag Nummer 7 müssen wir leider von drei Mahlzeiten jetzt auf zwei runter. Das heißt, noch zweimal Mahlzeiten für alle zwei. Wir haben erst Tag 7. Da hat jemand wirklich sehr Bock auf sein Essen. Ich verstehe es, aber rein mit den Bohnen jetzt. Die sind einfach schon richtig durchgeknallt, ne? Tag Nummer 7. Und wir haben die 12. Reef schlägt Hanno. Oh Gott, das wird nochmal alles einfach nur zwischen den Beinen zerstören. Was ist das für eine Sch***produktion? Ich wünsche dir was. Genau. Sie ist so voll ohnehin schlafen. Sie ist so voll geschockt von ihrer Tat. Naja, das ist aber echt ganz schön böse, Girl. Und mein Spaß ist hoch. Warum ist ihr Spaß hochgegangen dadurch? Wenn jetzt noch Hunger unten ist, habe ich Angst, dass die mir einfach wegsterben. Deswegen gebe ich dir jetzt Essen. Bedeutet, wir haben nur noch eine Mahlzeit und sind immer noch bei Tag 7. Also das Ende wird nochmal richtig hart jetzt. Und ihr geht es richtig gut, ey. Die sind ein richtiger Psycho. Oh Gott, jetzt sind die Musik an. Jetzt wachen alle auf. Oh Gott, das war tatsächlich mein Geist. Okay, dann muss der Tag jetzt anfangen, Leute. Aber ausgeschlafen sind sie sowieso. Okay, Leute. Es sieht nicht gut aus. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, Tag Nummer 8. Nummer 18. Das Radio geht kaputt. Oh, da sage ich aber nicht, dass mir das leid tut. So. Das tut mir jetzt aber sehr leid. Ist auch endlich wieder Stille hier, ey. Okay, ich sehe jetzt eigentlich eher das Problem darin. Ich habe nur noch eine Nahrung. Und wir haben Tag 8. Ich werde die, sobald es denen schlecht geht, diese Nahrung einsetzen. Und weiß dann aber nicht, ob die 10 Tage überleben werden. Okay, jetzt geht es los. Jetzt haben sie Hunger. Ich muss ihnen jetzt was zu essen geben. Und Maxi feiert wieder an. Lass uns zusammen feiern gehen. Sorry, Maxi. Wir kämpfen gerade über unser Überleben. So, also letzte Mahlzeit für alle. Erbsen. Enjoy the food, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr jemals wieder irgendwas zu essen bekommt, weil ich nicht weiß, ob ihr das überlebt. Das war's. Kein Essen mehr. Falls ich übrigens frage, wegen dem Früchtekuchen. Ja, der ist für Heilung und Reviving. Aber den dürfte ich erst einsetzen, wenn ich die Möglichkeit bekomme von diesem Generator, dass ich jemanden wiederbeleben darf oder heilen darf. Und das habe ich noch nicht bekommen. Also ich habe den nicht vergessen. Deswegen, ich schicke die gleich schlafen und hoffe, dass wir jetzt die letzten zwei Aufgaben nichts Schlimmes sein werden. Oh Gott, die haben jetzt schon so Hunger. Ich weiß nicht, ob die das überleben, weil sie nur von Erbsen ernährt haben. So, schlaf bitte ganz lang, weil heute gibt es nichts zu essen und morgen ja auch nicht. Leute, Tag Nummer 9. Nur noch einen Tag ohne Essen. Und sie haben jetzt schon alle Hunger. Witzig. Ich darf jemanden wiederbeleben. Wir haben ja einen Mad Kid. Wir haben ja den Früchtekuchen. Ich darf mich... Ich will mich wiederbeleben. Kann ich das? Ja, Geist Haushalt hinzufügen. Ich bin back. Ich bin wieder da und ich bin glücklich. Aber wir werden wahrscheinlich verhungern. Ich werde ein zweites Mal sterben. Wo bin ich denn jetzt hingelatscht? Ja, nun, gut. Mir eröffnen sich natürlich ein paar mehr Türen als den anderen. Das ist okay. Ich weiß nicht, ob wir Tag 10 schaffen. So, Leute. Schlafen. Wir haben kein Essen mehr. Wir müssen den Tag noch überstehen. Und dann werden wir gerettet. Ich weiß aber nicht, ob wir es schaffen. Oh, Gottes Willen. Okay, so. Dann mal alle bitte in den Stuhlkreis setzen. Generate 16. Rezo klaut alle Vorräte und haut ab. Das ist ehrenvoll. Es gibt nicht mehr viel zu klauen. Würde jetzt eigentlich das Bookshelf wegkommen. Das Schachbrett. Der Kühlschrank. Mehr kann er eigentlich nicht klauen. Ist aber in dem Fall auch gar nicht so relevant. Weil wir haben eh nichts mehr. Das heißt, auch Rezo verabschiedet sich. Und jetzt müssen wir drei noch ums Überleben kämpfen. Es ist der letzte Tag. Wir müssen bis zum nächsten Morgen neun Uhr überleben. Und dann werden wir gerettet. Verhungern. In 18 Stunden. Oh Gott. Das schaffen wir aber noch, oder? Das wird, glaube ich, ganz knapp. 24 Stunden. Die Rechnung. Super. Jetzt noch zum Finale. Das Licht aus. Ganz toll. Wir haben erst zehn Uhr. Oh Gott. Das ist so eine Qual. Ich kann es kaum mit anschauen. Nur noch neun Stunden. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird extrem knapp. Dann schlaf mal. Und hoff, dass du wieder aufwachst. Hey, Rezo ist zurück. Ich habe Licht im Mund. Wie auch immer das passiert ist, er muss unbedingt schlafen. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade, in welcher Dimension der stecken geblieben ist. Kommt schon Tag zehn. Kein Essen mehr. Aber jetzt kommt gleich die Rettung. Ihr müsst nur noch kurz durchhalten. Bitte, 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 bitte. Ab dem Moment, wo die Sonne aufgeht, habt ihr es geschafft. Es sind nur noch vier Stunden. Bitte verhungert nicht. Okay. Oh nein. Nein, 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 nein. Er ist verhungert. Nein, es sind... Nein. Nein, und Max auch. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Was mache ich? Ich klatsche. Kommt gleich Toni noch dazu. Hat sie noch ein bisschen mehr? Oh nein. Ich sehe es schon kommen. Komm schon, Toni. Es sind nur drei Stunden. Dann hast du es geschafft. Ich wette 6 Uhr, 6 Uhr, 6 Uhr. Nur noch ein paar Sekunden. Oh mein Gott, ich halte sie aus. Ja. 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 Okay. Du holst dir jetzt sofort die Mahlzeit. Wenn du es jetzt nicht schaffst, dir diese Mahlzeit zu holen, bist du tot. Null Minuten und verhungert. Oh Gott. Oh Gott, ist es jetzt einfach. Bitte, 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 bitte. Ist es einfach. Oh Gott. Um null Minuten den Tod entkommen. Bin sehr überrascht. Oh Gott. Aber ganz, ganz knapp. Uff. Schaut mal, wie das Essen hochschießt hier direkt. So, Leute. Toni ist die Gewinnerin. Sie darf nach draußen. Sie hat es geschafft. Ja, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Challenge so hart wird, muss ich ehrlich sagen. Also zum Glück haben wir zehn Tage gemacht und nicht irgendwie mehr. War sehr knapp, aber war eine coole Challenge. War sehr spannend. Und wenn ihr weitere Spielideen habt, die man nachstellen könnt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und daumen nach oben. Und Abo würde ich mich immer sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten mehr als aufreibenden Sims Challenges. Ich bin jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Mal.